Also, heute war die Players-Party in der NV-Arena, fahrt ziemlich geil, Andi Doba war da, Holzmann, wir haben ein geiles Foto gemacht, 16 natürlich. Und jetzt bin ich mit Christoph beim wenig Spielballing, mit einem bisschen Bier spüren, ich bin Best of Seven, die erste Partie habe ich hier nicht gewonnen und jetzt kann ich mal eine Cola oder eine Orangensaft oder irgendwie so. Wir haben immer dringend gespielt und ich bin Autofahrer. Das ist eine geile Partie, ich habe den Dreh raus. Gut, Christoph hat keinen Anfall, Billiard spüren und ein bisschen vorher ausgesotten, aber ich habe Freude. Wer ist das für eine Orangensaft oder nicht? Nur ein kurzer Innenplaner, Thomas Bergmaier, ich habe trainiert, ich habe Billiardspielen, ich werde dich besiegen, wenn wir wieder in die Berufsschule gehen, die Kugeln holen lassen, und einlachen, gell Schnecker? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.